Es werden ja sicher nicht endlos Attack Hams geliefert werden. Würden Sie diese eher für logistische Ziele, Infrastruktur oder Truppenkonzentration, Gefechtsstände verwenden? Ist, glaube ich, pauschal nicht zu sagen. Denn zum einen, ja, es werden nicht beliebig geliefert werden. Ich weiß, auf NTV hat jemand gesagt, es würden 1000 geliefert werden. Das scheint mir völlig überhöht. Der riesige Vorteil ist, in dem Moment, wo der Schritt zu Attack Hams gegangen ist, ist darauf zu hoffen, dass neue bestellt werden und dass von Neuproduktionen weiter welche kommen werden. Das heißt, dass es nicht ein Paket ist mit 20 und danach kommen nie wieder welche, sondern selbst wenn es nur ein Paket mit 20 ist, ist damit zu rechnen, dass in drei Monaten wieder 20 kommen oder sowas. So wie es mit Storm Shadow und Sculp jetzt der Fall ist. Das ist zumindest schon mal gut. Dann hängt es davon ab, wie viele hat man. Wenn ich 1000 habe, kann ich natürlich viel großzügiger mit ihnen umgehen, als wenn ich nur 40 habe. Das ist die nächste Geschichte. Dann ist es zum Beispiel so, die Krimbrücke wäre im Juli 2023 das wahrscheinlich wichtigste Ziel gewesen. Die letzten Berichte sind, dass keine Militärtransporte mehr über die Krimbrücke gehen. Ich gehe davon aus, dass es nicht komplett richtig ist, wenn, was weiß ich, hier aus dem Kaukasus, aus Tschetschenien, irgendein Truppentransport kommt, der nach Kherson in die Provinz hier irgendwo hin soll, dann wird er nicht hier oben rumfahren, wenn hier eine Eisenbahnlinie besteht. Aber der Betrieb, die Brücke hier war von einem halben Jahr für die Versorgung im Prinzip dieses gesamten Gebietes verantwortlich, weil eben die Russen alles über die Eisenbahn laufen lassen und nur dort eine direkte Verbindung nach Mariupol bestand. Das ist jetzt vorbei. Das heißt, jetzt zum Beispiel müsste man ernsthaft überlegen, ob bei einer geringen Anzahl an verfügbaren Raketen das nicht einfach Verschwendung wäre, die Kärtsbrücke anzugreifen, weil der militärische Nutzen inzwischen dramatisch sich verringert hat. Der ist immer noch da. Man muss jetzt nicht sagen, es ist jetzt egal, dass die Brücke steht oder nicht. Aber wir müssen klar sagen, der völlig überproportionale Effekt, den die Zerstörung eines Bauwerkes im letzten Jahr, vor einem Jahr gehabt hätte, und vor einem Jahr wäre es sehr bedeutend gewesen, die Kärtsbrücke dauerhaft auszuschalten, der ist weg. Dieser überproportionale Effekt ist weg. Und das sind so Bewertungen, die wir dann schon sehen. Wenn wir ein Lager mit Flugabwehrraketen kann ein hervorragendes und wichtiges Ziel sein, das kann aber auch ein komplett nutzloses Ziel sein. Es hängt davon ab, wie viele hat der Gegner zur Verfügung, wie viele hat der Feind zur Verfügung. Hat er noch mehr Depots in greifbarer Nähe? Will ich einen eigenen Luftangriff durchführen? Ich kann zum Beispiel, die Russen haben an sich eine Menge Flugabwehr. Jetzt Raketen damit zu verschwenden, einzelne Starter auszuschalten, kann komplette Verschwendung sein. Es sei denn, ich will in einer Woche oder in zwei Wochen einen größeren eigenen Luftangriff durchführen oder gar eine Hubschrauberlandung auf der Kinnborn-Nährung oder sowas. Das sind alles Dinge, die von ukrainischer Seite an den Umständen angepasst werden können. Ich glaube nicht, dass es seriös wäre, pauschal zu sagen, die Priorität muss auf Kommandoständen liegen. Welche Kommandoständen? Der Bataillonskommandostand ist was völlig anderes, als wenn ich weiß, dass der Oberbefehlshaber der so und so fehlten Panzerarmee in diesem Hauptquartier gerade eine Konferenz hält mit all seinen Brigadekommandeuren. Das wäre eine ganz andere Ausnahme. Da würde dann die Attack-Camps völlig wieder Sinn ergeben. Also leider sehe ich nicht wirklich eine Möglichkeit, dass man es priorisieren kann. Es hängt von der Zahl der gelieferten Raketen ab. Kann ich mit denen großzügig umgehen oder muss ich sie mir für absolute Hochwertziele aufheben? Das heißt, die Frage, wären 40 geliefert oder 1000? Und was ist die aktuelle Situation? Wenn ich, wenn, wenn, ja, das ist, das ist pauschal leider überhaupt nicht im Ansatz zu beantworten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Vielen Dank.